Das ist gut. Wenn ihr die Lücke jetzt bewegt seid, dann ist es gleich wieder. Nein, nein, nein. Das hier ist über 6 bar. Das bleibt locker. Das geht sogar noch hoch. Alles gut. Kannst du machen, der pfeift gut, der pfeift dann ordentlich. Der pfeift dann ordentlich. Wie hast du das gemacht? Wo lässt du die Luft ab? Ach so, ich denke gerade, wo geht das hin? Okay, gut.